So, und dann sind wir bei einer weiteren Folge... Welcher Resident Evil Teil ist das? Resident Evil 4 Ist das 4? 3 Warum war ich bei 6? Hä? Der ist wieder geistig verwirrt, der John. Äh, beim letzten Mal waren wir hier beim... Welche Folge war das? Folge 3, ne? Ja. Ja, das letzte Mal bei Folge 3 waren wir hier, äh, haben erkundet. Aufm Bauernhof ist das glaube ich, richtig? Ja. Boah. Ähm. Ist es wieder Partage her? John hat ein paar Hühner und ein paar Kühe abgeschlachtet und hat einen aufs Maul gekriegt. Und die Kirchbewohner sind da natürlich, oder die Leute sind alle in die Kirche reingerannt, ne? Willst du mich hier hin? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, da kommen wir her. Aber ich tue mal leid, das ist wieder ein bisschen her. Obwohl, da kommen wir nicht her. Wir hatten ja vorher das Tor mit dem Schleichweg, weißt du? Ja. Du hast auf jeden Fall jetzt erstmal alles gelootet hier, oder? Ja. Ich denke mal, dass es hier bestimmt noch ein paar mehr von diesen blauen Medaillons gibt. Die sollen ja hier sein und auf dem Friedhof erlauben, ne? Ja. Aber hier haben wir eben die Hälfte. Kann ich nicht wissen. Ich könnte das bestimmt, äh, Gott weiß wie lange hier herumsuchen, aber, äh, dann würden drei Folgen einfach nur, äh. Aber ich will schon gerne wissen, was es dafür gibt, ja, also. Ich glaube, ich weiß es sogar noch. Oh. Es ist eine Falle! Ja. 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 rausgewichen also gut ist das wie Quicktime da nicht zock wusste ich gar nicht was da gibt du finde ich jetzt nicht so reagiert kannst du da ganz da drauf schießen oder was? wo ist denn das? ein Diamant? in der Spineo hier ist irgendwo Batman also ich muss tatsächlich sagen wir haben also man kann echt den Sound nicht einstellen vom Spiel leider aber es geht noch ich habe mir die Videos angeguckt vom Sound geht es eigentlich schon ja? ja als ich am PC war das liegt aber dann habe ich immer leiser höre weißt du? weißt du was war ziemlich dunkel und ich habe es jetzt was macht er denn da? der wirft doch drauf der wirft doch garna äh die Sau aller also die sind ganz schön heimklickig hier ne? muss man ja was denn ne? guck mal da ist ein Spinner noch an na da war eine Spinne da ist noch einer der schmeißt irgendwas ne? ja ich habe es gesehen links neben dem Haus wir gehen mal weiter nach rechts rüber was heißt siehst du denn von da? stopp links äh naja siehst du das schlecht oh der ist auch noch Gott kann ich mir nicht an die Spinne? oh! hohohohohoh äh also wir lernen uns daraus kein Nahkampf mit Dynamit ich dachte mir kommen Messers so die einfach weißt du weil die nicht schießen können oder schlagen können anscheinend aber die spamen nicht einmal komplett zu ich will ja jetzt hier jetzt nicht irgendwie äh politisch irgendwie unkorrekt sein aber das sah jetzt sehr stark nach seh oder? weißt du was du meinst dass das perfekt ausspricht? nee nee ich meinst das immer so ein bisschen selbstkritisch nicht dass das Video genauso gesperrt wird oder in den Ländern gesperrt wird wie mein warzone Video aber Leute in der Türkei oder in Nordkorea sind das bestimmt traurig ja ja aber wir hatten damals wirklich mal ein paar Zuschauer ne? aus China oder so ne? mhm ja der schmeißt schon wieder der Sau es wäre einheitlich leichter die zu besiegen könnte ich äh einstellen wie stelle ich mich umdrehe ich explodiere doch in deiner Hand ey das gibt es nicht der Hammer oder? da ist noch einer was ist das Intuierte? haha der ist ja auch noch da oh komm schon das ist echt übel ne? mit so einem Leserpol, mit so einem Wackeln hast du letztens schon erwähnt ne? das sieht man jetzt hier auch mal richtig gut oder? siehst du da wie der Huch da wackelt? ja Alter was hast du gesoffen? ich glaub der Links ist jetzt auch wieder aktiv wie gerade das ist der von gerade der auf mich geworfen hat der hat mich ja umgebracht der ist ja im Haus drin Huch so kann ich nicht irgendwie ne Rolle machen? Ja ich glaub das hat doch sich selbst in der Luft gejagt ne? Ah Du hast ja Energie, den kannst du ja schon mal nehmen, oder? Oh, jetzt hab ich das grüne Kraut genommen, das wollte ich nicht. Warten wir? Oh, oh. Äh, wir haben nur noch einen Schuss? Aber wir haben das Gewehr noch, ne? Ich wollt grad fragen, haben wir irgendwie eine neue Waffe bekommen? Mh, nein. Äh, ja. Äh, was haben... Was tun wir, wenn ich jetzt hier oft da reingehe? Muss ich denn noch was reintun, ne? Oder glaubst du, ich kann das nochmal kombinieren? Nein, glaub ich nicht. Doch. Das ist aber neu, oder? Ich glaub ich, ist auch nur in dieser Spielereihe bei dem hier, oder? Ich meine, wenn immer nur zwei oder ein mit Rot, ein mit Grün und was ich denn, ne? Und dann gab's hier noch Rot-Grün-Gelb. Weiß ich auch noch. Kann ich jetzt nicht öffnen? Oh Gott, jetzt der Quirbel umniesen musste, ja. Das ist stricklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Gegner hier, sind zwar ein bisschen dumm und stupide, dafür sind die aber ganz schön aggressiv, oder? Vor allem die werfen ja die ganze Zeit Dynamit, weißt du? Da müssen wir... Glaubst du, wenn ich die erschieße... Krieg ich was? Komm. Gib mal den Spinel. Kann ich die eigentlich irgendwo... Äh, wie ging das denn nochmal? Ich weiß nicht, ich kann die irgendwie verbinden, den Einzungen. Äh... Hier kannst du ne Kette draus bauen. Und du kannst... Ich weiß... Ich weiß, dass irgendwas glaub ich damit... Ich... Ich... Das ist ein Jahr her oder zwei. Ich hab absolut keine Ahnung mehr. Da brauchen wir einen Schlüssel für? Ja. Coolen Schlüssel. Schlüssel. Ich dachte nur, das ist Dietrich raus. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Zehn Minuten. Guck mal, jetzt sind sie 52. Warte. Ja. Zehn Minuten, siehste. Ich höre schon wieder... Pass auf. Kannst du da drunter ja nicht herkrabbeln? Oder geht halt nicht? Öffenzücken. Analyse ein Befehlerteilen. Gartaktion Rennen. Ne. Drehung. Wasser zücken. Ne, dann schieß mit der Pistole einmal drauf. Ich glaube, ich kann... Ne, das würde ich nicht machen. Dann kriegst du die Explosionen wieder mitten mit und dann... Ich dachte, ich könnte das entschärfen. Ne, ne. Das ist ja nicht mal Metal Gear Solid. Schlichte Frage, heißt das, wenn du jetzt hier keine Munition hast? Du Pfeife... du alte Pfeife. Oh. Wo kommen die denn jetzt her? Na, na. Das tun lässt du dich, ne? Ne, ich hab's ja gerade aufgehoben, ne. Ne, ich hab's ja gerade aufgehoben, ne. Das Geld sieht wie ne Falle aus. Tausend Pistole ist ja das. Ah! Marihuana. Ah, gut. Da ist ja nichts gerochen, ne. Ja. Combo Outlast. Kannst du auch noch klopfen? Mhm. Da ist einer im Schrank. Der Schrank bewegt sich. Ja? Ja. Muss doch gucken. Warte. Warte. Warte mal ruhig stehen. Siehste? Ah, jetzt. El Diablo. Jetzt, du? Und? Mr. Reich. Mr. Bling Bling. DJ kommt. Ja, sieht genauso aus wie die. Ich dachte, ich hab dich für gestorben, alter. Das erste Kapitel haben wir beendet. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen kürzer. Ja. Es passt jetzt einfach gut. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass es so schnell vorbei geht. Lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich hab eine Trefferquote von 76%. Das ist höher als DJ in CD. Krieg durch. Lass auf jeden Fall gern ein Like und ein Abo da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich sag bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Leon S. Kennedy besiegt Resident Evil. Bis zum nächsten Mal. Da hat es wieder O. Tritt drauf. Getöntig aus.